Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir die MUnit-Funktion zeigen, mit der kannst du einfach eine Einheitsmatrix ganz leicht in Google Sheets erstellen. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Tutorials über Google Slides, Google Docs oder auch Google Sheets. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Es kann ja sein, dass du in Google Sheets mit Matrizen rechnest. Das heißt, dass du vielleicht auch einmal eine Einheitsmatrix brauchst und da die ja immer aus vielen Nullen und Einsen besteht, ist das dann auch ein bisschen lästig, das natürlich einzutragen. Und dafür gibt es die MUnit-Funktion, mit der du ganz einfach eine Einheitsmatrix erstellen kannst. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach in eine Zelle zu schreiben, ist gleich MUnit. Und als einzigen Parameter gibst du dann dort die Dimension ein. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine 5 eintrage, die Klammer schließe und Enter drücke, wird mir eine 5x5 Einheitsmatrix einfach in meine Tabelle eingefügt, die ich dann eben hier verwenden könnte. Und bei einer Einheitsmatrix ist immer die Diagonale mit 1 aufgefüllt und der Rest sind Nullen. Und das funktioniert natürlich nicht nur mit 5, sondern auch mit viel, viel mehr Zahlen. Also ich könnte hier theoretisch auch 20 eintragen, würde ich eine Einheitsmatrix von 20x20 bekommen. Passt hier noch gerade so rein. Wenn ich jetzt einmal hier zum Beispiel auch meinen Zoom auf 75% stelle, dann könnte ich hier auch noch natürlich eintragen, gib mir eine Einheitsmatrix 50x50 aus. Und das macht dann Google Sheets natürlich auch. Das füllt dann zwar meine Tabelle ganz schön, aber so könnt ihr theoretisch ganz leicht eine Einheitsmatrix erstellen. Aber in den meisten Fällen wird das wahrscheinlich eher auch nur in kleineren Bereichen vonnöten sein, dass ihr dann dort eine Einheitsmatrix braucht. Aber so könnt ihr eben ganz leicht eine Matrix einfügen. Oder wenn ihr eben auch zum Beispiel irgendwelche Rechenschritte mit Matrizen in Google Sheets nachstellen wollt, könnt ihr eben damit auch ganz einfach eine Matrix erstellen und dann eben dementsprechend auffüllen. Vor allem sehr vorteilhaft, wenn ihr eben eine Einheitsmatrix braucht oder eine mit ganz vielen Nullen. Finde ich ziemlich cool. Das ist wieder so eine kleine Funktion, die man auch gar nicht so auf dem Schirm hättet. Also dass man sich das vorstellen kann, dass es die überhaupt gibt. Fand ich sehr spannend, als ich das entdeckt habe. Und ansonsten war es das auch mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge? Schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal.